Guten Abend, willkommen zum Magazin am Mittwoch. Edle Meeresfrüchte, Wildspezialitäten und ähnliche Schlemmergerichte sind längst kein Privileg für Besserverdiener mehr. Die Billig-Discounter haben die Delikatessen-Revolution für Otto-Normal-Esser ausgerufen. Hier z.B. die Angebote von heute. Gefüllte Weinblätter für 1,59. Aber schmeckt's auch wirklich wie im teuren Restaurant? Unser Test. Na dann Prost. Die Zigarette ausdrücken und sofort zum Nichtraucher werden. Wenn das nur so einfach wäre. Unsere Gesundheitsreporterin will 2 Kettenraucher bekehren. Untersucht die neuesten Entwöhnungs-Wundermittel und hat ein sehr sportliches Experiment vor. Und gleich. Weltweites Entsetzen nach diesen Bildern. Eine Katze, weggeworfen wie ein Müllbeutel. Reporter haben die Tierquälerin jetzt aufgespürt. Wie sie ihre Tat rechtfertigt, dazu gleich mehr. Davor spüren wir Superzoom. Und heute gibt's auch noch 1.000 Euro extra für Sie. Das bekommen Sie schönerweise auch noch per Blitzüberweisung von uns. Bedeutet, heute bei uns gewonnen, morgen schon auf Ihrem Konto. Und bitte bleiben Sie für uns erreichbar. Der Gewinner wird nämlich direkt nach der Sendung zurückgerufen. Verraten Sie uns heute nur, was ist denn das? Das haben Sie sicherlich schon mal gesehen. Rennen Sie zum Telefon. Hier unten stehen die Telefonnummern. Ich drück Ihnen ganz feste die Daumen, dass es klappt. Und das könnte Ihr Preis sein. Willkommen zurück mit guten Nachrichten. Die schlimmste Katzenfeindin aller Zeiten ist gefasst worden. Oh, das hat bestimmt wehgetan. Das war's von uns. Morgen sehen wir uns wieder, 19 Uhr. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin einen fantastischen Feierabend. Und jetzt ganz viel Spaß bei KF. Tschüss. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.